Jemand, der möchte Gitana spielt, der kann Gitana einfach spielen. Das ist einfach so. Warum ist das so gemein alles? Warum? Mal gucken, ob ich den jetzt schaffe. Durchdringen in der Luft, niedriger Fächerwurf, Bodenkrieg. Okay. Mal gucken, ob ich den durchsteige. Danke. Nein. Oh, was? Wie kann der Nappa cut? Fick dich. Ja. Weiter. Nee. Oh. Okay, nochmal zurückgekommen, aber nur durch dummen Zufall. Also die Kombos von hier sind echt fies. Was? Wir haben oben, unten, Mitte alles. Wieso? Wieso der Obmann-Spiel? Warum ärgst du mich immer so? Nein. Raus da. Okay, so jetzt haben wir den Dreh raus bei der blöden Kuh. Nein. 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 Nicht, 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 nicht. Boah. Seriously? Na dann. Also wenn ich jetzt eklig gewonnen habe, dann habe ich eklig gewonnen. Dazu stehe ich, Alter. Was war denn das gerade? Diese eine Change, diese eine Combo-Change, die ist so fies. Kommt von oben, dann kommt sie von unten, dann hast du noch mit. Dann ist es wirklich egal, was du macht, aber das musst du erstmal verinnerlichen, dass du diesen Angriff abwehrst. Das ist echt fies. Ich hasse so eine Mix-Up, sonst habe ich mit Melina gar nicht. Aber ja, ich brauche nicht heulen, ich habe mir die Frau selber ausgesucht. Nein. Wieso kriege ich sie nicht mit dem Kommando? Was soll das? Okay, jetzt hast du, glaube ich, die Hosen voll. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Ja, da habe ich ja geschlafen. Naja, lohnt sich das, was du da machst? Naja, lohnt sich das, was du da machst? Frage ich mich die ganze Zeit. Und wieder. Oh. Jetzt ist jemand Zolti, der ist abgehauen, ne? Ja, der ist raus. Weil ich seine einzige Combo-Chain geblockt habe, oder was? Ich meine, ich bin auch ein Rage-Quitter gerne mal, ich raste auch gerne mal aus. Aber jetzt feiere ich diesen Sieg ausgiebig. Also, komm von oben, dann von unten und dann will sie dich hochwirbeln. Und er hat dann immer automatisch gemacht. Das war einfach zu blocken, dann hatte ich ihn gehabt. Und wenn du dann noch 10 Sekunden wartest, dann kriege ich sogar noch, ähm, den, habt ihr gerade gesehen, den fette Blow beim beißen. Sonst 300, äh, oder 30% Schaden, die ich da mache. Aber gut, ich feiere mich jetzt hier gerade voll. Wuuu. Aber ich, ich glaub. Ähm, mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Oh nein. Nichts.